hallo leute da sind wir wieder zurück beim vierten park was machen wir denn heute schönes als erstes mal ärgern wir peinten weiß auch nicht warum weil ich finde das gerade witzig die einfach zu häuten mehr oder weniger bzw die federn zu klauen so warte es wird gleich lustig wenn ich wieder auf play drückt falls jemand das noch nicht kennt fliegen die federn nämlich alle schon weg so viel spaß jetzt haben wir schon ihre formation verloren da schon wenn sie wieder vor okay dann darum soll es heute nicht geben wir wollen weiter bauen in unserem neuen bereich oder wollen wir hier weiter bauen das mal kurz fertig machen nein wir wollen hier weiter baut hoch was machen denn die vögel habe ich sie verwirrt entschuldigung aber kommt gleich die nächste sie fliehen von mir wenn es läuft dann kriegt man die gar nicht so leicht ich kriege ich noch ja genug davon ich will irgendwas bauen eine achterbahn oder so oder ich weiß auch nicht genau was obwohl eigentlich habe ich eine idee eigentlich habe ich echt eine idee ich habe was im kopf das muss ich nur noch umsetzen können und daran muss wahrscheinlich scheitern aber jetzt versuchen könnten auf jeden fall so eine achterbahn da noch bauen weiß nicht haltet ihr davon aber woran ich mich jetzt versuchen möchte was anderes keine wasserbahn eine wild wasserbahn ja so das ganze wird jetzt ziemlich kompliziert ich mir das vorstelle ich weiß auch noch nicht genau wie ich das alles machen möchte 1,2,3,4,7 keine ahnung wie viel man dafür braucht so ich will das jetzt nämlich nicht auf einer ebene machen sondern schon mit berg und wie funktioniert das ganze wir bauen jetzt erstmal hier was brauchen wir da kette oder hier noch oben dann geht es automatisch so oder okay baumsturmumkehrer macht ah dann fährt man rückwärts ja ich verstehe hier müssen wir das echt gut hemen weil da gibt es dann wieder da muss es wieder einiges zu sehen geben ich mache mal nebenbei die testfahrt an dass man das auch sieht ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle muss ich hier halt gut hemen muss ich hier halt gut hemen der test fahrt los dort bleibt er stecken ne kommt schon rüber okay alles klar alles klar so weiter weiß ich jetzt erstmal noch nicht fährt halt hier hoch ich will das ganze ja doch ich hab nen plan wie gesagt der wird ziemlich schwierig umzusetzen sein so wieso kann man hier jetzt nicht hören das nervt mich schon mal ich möchte doch nur so dass ich damit nach oben komme in diesem ding hier wieso darf ich das nicht ja funktioniert das auch das ist etwas was ich nicht sehr mag an diesem tool weil es nicht funktioniert so machen wir erstmal das hier wieder runter machen wir erstmal das hier wieder runter dann mache ich das doch jetzt erstmal hoch alles dann mache ich das doch jetzt erstmal hoch alles frag mich nur warum das ganze hier nicht funktioniert ist ein bisschen nervig aber ich wollte das doch nicht los starten einfach so mensch das ist nicht meine schuld so ich will auf jeden fall dass da kein Stützrad ist sag ich jetzt mal also was heißt Stützrad ich meine halt einfach diese Stütze Stützen wie nennt man das das Gerüst wie auch immer versteht schon das gehört hier nicht hin so deswegen machen wir das jetzt erstmal so testweise gucken wie man das da drunter bauen kann huch was hab ich da jetzt schon wieder gemacht ich weiß nicht ob das was wird und was daraus wird ich habe mir das drauf an was ich draus mache so wir machen das jetzt so mit so einer stufe erstmal wow ähm das sieht nicht richtig aus Moment ich weiß nicht ob das so funktioniert ich weiß es wie gesagt nicht aber ich versuche es einfach ich hoffe dass das so angepasst ist dass man das so machen kann was muss ich mir dann noch was überlegen was muss ich mir dann noch was überlegen stopp jetzt hab ich verkackt boah echt das ist ne notär ich sag's euch Wahnsinn nein nein man da so geht es dann komischerweise ok dann wissen wir wenigstens dass das funktioniert wo ging es los ab hier richtig ja ab hier ging es auch da müssen wir nach oben bauen ok nur für das verständnis jetzt da muss diese kurve wohl leider auch noch weg das war ab hier dann muss man das jetzt schon ab hier machen ich weiß es nicht so muss man das jetzt schon ab hier machen Also irgendwie kommt es nicht so ganz hin. Es lief ja so und dann so und dann geht das ganze steile rauf. Das heißt ich kann es individuell machen, ja ganz toll. Gibt es hier nicht die Möglichkeit das ganze über diese Dinger hier zu machen. Ich versuche das ganze jetzt mal so, wie das dann aussehen würde. Weil so ist das ja nichts, wenn wir ehrlich sind oder? Machen wir erstmal das ganze hier so hoch, wie wir können. Ok, wieso auch immer das da ist schon wieder geht und hier nicht. Das ist ne Frage die weiß keiner. Egal, wir nehmen jetzt diese scheiß Terrablocks. Mal gucken ob das damit was wird. Ich muss hier bisschen rumprobieren. Das wollen wir hier aber auch nicht, dass man hier durch die Terrablocks fährt. Aber das, ich seh schon das wird mit den Dingen krass. Wenn wir uns da jetzt die richtigen noch raussuchen. Bin ich mir sicher. Gut. Soll denn noch so was. Na das brauchen wir hier jetzt nicht. So was brauchen wir auch nicht, ne wir brauchen das ganze nicht ganz so steil. Boah, gibt's hier viele. Viertel Quartal Engelt 1 vielleicht. Wie ich das hasse, wenn da keine Vorschau ist, ne. Das ist das Wahnsinn. Wieso gibt's denn das ganze immer nur so steil. Na, na, na. Ich hoffe doch einfach nur, dass es ein schöner Berg ist, wo man fährt. Was man auch versuchen könnte. Was ich jetzt versuchen werde. Statt diesen Dingen. Anscheinend ist das ja doch nix. Das ist dann aber so die letzte Möglichkeit, sich dann hoffentlich nutzen werde. Tut mir leid, dass das immer so wenig Fortschritt hat hier. Aber ihr kennt mich. Es muss halt gut aussehen. Aber es funktioniert nicht. Ich hab jetzt gedacht, scheiß doch da drauf. Solange das ganze ganz gut aussieht. Hm. Hier funktioniert es noch, aber hier dann nicht mehr. Ich hätte noch ne letzte Idee, aber dann weiß ich nicht, ob ich das überhaupt probieren kann. Schau mal erstmal. Das sieht ja auch doof aus dann. Aber es würde funktionieren. Nur mal rein aus Interesse. Ob das jetzt funktionieren würde. Es könnte nämlich gut hinhauen. Aha. Es geht doch. Ah Leute. Ich dachte schon. Jetzt bin ich grad ein bisschen happy. Puh. Da vorbei wird mal ganz kurz. Entschuldigung, aber diese Farben gehen ja grad mal gar nicht. So. Es irritiert mich hier alles grad ein bisschen. Ich würde gerne einfach für die Bearbeitung, für das Bauen, den hektlichen Grund hier haben. Ich weiß nicht warum, aber das macht es mir einfacher. Und die Wand hätte ich gerne. Spaß, damit man das besser erkennt. So. Wie soll jetzt die Bahn hier weiter gehen? Keine Ahnung, weil das entscheiden wir im nächsten Part. Es hat jetzt lange gedauert, aber im nächsten Part denke ich gibt es mehr Fortschritt. Und da wir da dann ja das Problem hier nicht mehr haben, rauszufinden, wie wir das ganze bauen sollen. Ich hab jetzt rausgefunden, dass es geht. Das ist die Hauptsache. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.